Willkommen zum neuen Video. Ich bin heute mit dem Felix im Korb unterwegs und wir sind beide noch nie hier gewesen, also alle Trails nagelneu für uns. Das merkt man vielleicht auch. Und wir fahren heute hier ein bisschen rum, schauen uns die an und fahren hoffentlich nicht so viel durch den Matsch. Die Trails sind ja auch alle offiziell angelegt, also alles legal. Jetzt hier der Matrix-Trail heißt er glaube ich. Ich glaube so zum Einrollen mal ganz gut. Da sind so auch echt ein paar Rillen drin. Jetzt sieht er ein bisschen matschiger. Okay, ein bisschen ist untertrieben. Also die ersten Meter machen auf jeden Fall mal Spaß. Links, rechts, links, rechts sieht echt cool aus. Oh, shit. Ich hatte eigentlich eine Britte dabei. Die ist jetzt weg. Läuft schon wieder alles in einem Schnürchen. Der Abhilfe ist zu matschig. Die Bremse quietscht. Der Speicher ist locker. Aber es regnet. Aber wir lassen uns den Spaß nicht verderben. Ich hoffe, ihr könnt überhaupt mal sehen, trotzdem Regen. Oh, der ist schon mehr nach meinem Geschmack hier. Oh, Trinkflasche vergessen. Der macht Bock. Oh, der war geil. Oh, der war geil. Ah, wir haben einen Schall. Kennen wir, der kann echt mal Fahrsprünge näher machen. Links, schwarz, rechts, rot. Ah ja, der geht. Ich weiß nicht, ob man es hört auf der Kamera, aber jetzt war Gas am Regnen. Nächster Trail steht an. Boah, das kenne ich ja auch wieder nicht. Oh, jetzt ist das noch ein bisschen. Oh, aua. Oh, aua. Oh, aua. Oh, aua. Oh, aua. Oh, aua. Jetzt wird es matschig. Oha. Oha. Ich bin vielleicht das Schlaueste, so etwas blind zu machen, aber... Joke! Uaa. Alter, da ging es kurz ab. Boah. Der Teil ist echt richtig geil. Ich darf mal ein Danke an Felix, der da stehen bleibt und von außen filmt, dafür, dass ihr jetzt hier die coole Aufnahme habt. Nach einem ziemlich langen und harten Abhilfe fahren wir jetzt noch einen blauen. Ting. Oh. 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 Fuck. Ja. da habe ich noch etwas quer runter gefahren so felix und ich sind jetzt komplett nass und fertig dafür aber glücklich war echt geil war aber durch den regen dann echt rutschig am schluss hat aber bock gemacht und ich hoffe euch hat das video auch gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten mal